Stopp! Ich zeige dir einen simplen Trick, wie du über Nacht reich wirst. Komm jetzt in meine Gruppe. Nice, ich will über Nacht reich werden. Ich gehe, glaube ich, in die Gruppe. Weiß schon, das ist fake. Warum hat er dann Ferrari? Das ist doch ganz klar Greenscreen. Warum hat er dann 2 Millionen Follower? Die hat er selbst draufgeschrieben, auch noch schlecht. Aber warum sagt sein Kunde dann, dass es funktioniert? Das ist er selbst in der Sonnenbrille. Das ist doch einfach Betrug. Jo, habt ihr die Werbung gerade gesehen? Was ist der simple Trick wohl? Ich muss in die Gruppe. Nee, ich sag's ihm auch schon, das ist doch fake. Ich bin drin. Der will 3000 Euro für den simplen Trick. Klingt fair. Nein! Hab's gemacht. So, der simple Trick ist... Wahrscheinlich irgendein ultrakompliziertes Schneeballsystem. Luft anhalten und viermal aufs rechte Schienbein klopfen. Was? Das ist echt ein simpler Trick. Das ist die größte Sch***, die ich je gehört habe. Hat funktioniert. Tatsächlich. Glückwunsch, das hast du dir verdient auch. Nice.